Hallo und herzlich willkommen am 29.08.2020. Heute hat mein Hund Geburtstag, den 2. Charlie und morgen habe ich Geburtstag, den 29. Heute war ich mit Sonja und Claudio an der Donau und wir haben uns ins Gras gesetzt, was getrunken, gegessen, geraucht und getratscht. Eigentlich haben sich nur die zwei unterhalten, aber das war ganz angenehm, weil ich mich nicht so konzentrieren musste und ich war schon sehr müde den ganzen Tag, obwohl ich am Anfang nicht zu müde war, aber dann während des Ausflugs bin ich immer müder geworden. Und es war ganz gut, dass sich die zwei unterhalten haben und mich etwas außen vor gelassen haben, weil ich hab meine Kümmelbratenbrittel gegessen und was getrunken und dann ein paar Zigaretten geraucht und hab mich immer wieder zuzwischen gemeldet, wenn ich einen Kommentar hatte oder so, aber ich hab eigentlich nicht viel mitgesprochen. Ähm, es war ein ganz angenehmer Nachmittag, es war nicht zu heiß, so circa 22 Grad. Ähm, Sonja war etwas kalt, mit der Weste ging's. Ähm, am Vormittag war die Volkshilfe da, heute ist Samstag. Ähm, ja, es war ein schöner Ausflug und angenehm mit den beiden. Und irgendwie finde ich es jetzt doch schön langsam schade, dass Claudia aufhört, aber ich hab sie ja gekündigt und finde die Idee, also die Entscheidung trotzdem nicht schlimm, weil es einfach persönlich nicht so passt wie mit Sonja. Aber, irgendwie werde ich sie schon vermissen. Trotzdem. weil ich mich ja mit ihr ganz gut verstanden hab. Auch wenn es so nicht gepasst hat. Aber, ich war so immer zufrieden mit ihr, aber es hat einfach zwischenmenschlich nicht so gut gepasst. Und, deswegen, habe ich sie gekündigt. Am Montag hat sie den letzten Tag, den 31. Und, ja, das wird schon nochmal traurig. Aber, ich bereue meine Entscheidung nicht. Es muss einfach ein Vertrauensverhältnis herrschen. Und, das kann ich zu Claudia nicht aufbauen. Auch wenn sie nichts gemacht hat. Und nichts dafür kann. Aber, es funktioniert einfach nicht. Weil sie etwas älter ist als ich. Nicht viel, aber doch. Und, das funktioniert nicht. Und, deswegen, habe ich sie gekündigt. Was aber nicht heißt, dass ich sie nicht mag. Ähm. Sonst war eigentlich nichts. Mein Hund hat Neckernack-Burst und Nassfutter bekommen zur Feier des Tages. Sein zweiter Geburtstag viel davon mitbekommen hat er nicht. Er hat sich über das Futter gefreut. Er hat sich über das Futter gefreut. Und, war sehr anhänglich den ganzen Tag schon in der Früh. Aber, ich glaube es geht ihm ganz gut. Und, und, ähm. Er hat den Tag wie jeden anderen normal genossen. Und, und, Tiere bekommen sowieso nichts. Was Geburtstag mit. Was Geburtstag angeht oder so. Aber, naja. Wir haben es trotzdem gefeiert. Zumindest kurz. Ähm. Mir geht es mittelmäßig bis gut. Seit ich die drei Monate Spatze bekommen habe, sind die Stimmungsschwankungen fast weg. Ähm. Ich schlafe relativ gut. Auch wenn ich immer wieder wach werde. Aber, das bin ich eh schon gewöhnt. Und, mir geht es eigentlich ganz okay. Ich mach grad die Dienstplan-Einfeldung. Ich mach grad die Dienstplan-Einfeldung. In meinen Kalender in den Computer rein. Und, damit ich die am Handy habe. Und, am Computer. Im Kalender habe ich sie schon. Aber, ja. Grüne hat mir auch gerade geschrieben. Nochmal. Wann sie jetzt wirklich anfangen kann. Ich habe es jetzt bei letzten Wochen schon gesagt. Irgendwie finde ich das etwas ärgerlich, dass sie, sie das nicht notiert. Aber, ja. Aber, ja. Da muss ich nochmal mit dir reden. So, jetzt habe ich hier nochmal geschrieben. Dass sie am vierten anfängt. Und, sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ich habe etwas Husten. Und etwas Schleim in der Lunge. Aber, kein Corona. Und Sonja schreit immer gleich Corona, wenn ich wusste. Aber, ich habe kein Corona. Woher auch? Ich war nicht in der Nähe von anderen Leuten. Und, mein Vater ist etwas verkühlt. Vielleicht hat er mich angesteckt. Aber, sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Das wäre Buchtum machen zu lassen. Aber, ich habe einfach keinen Weg, über den ich das vertreiben kann. Und, über Audible geht es nicht so einfach. Ich habe mir hierzu etwas belesen. Aber, da habe ich keinen Weg gefunden. Und, deswegen glaube ich werde ich das lassen. Auch, wenn ich es jetzt mit Marianne besprochen habe. Auch sie ist der Meinung, dass der Vertrieb nicht so einfach ist. Und, dass das zu kompliziert wird. Aber, es ist schade. Ich hätte es gern gemacht. Aber, naja. Na gut, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Oder, wann immer ihr das Video seht. Eure Hines. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.